Jesus, 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 was willst du, was soll ich für dich tun, dass ich sehen kann, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Unsere Jenny Elvers, natürlich, wie sie lebt und lebt und wenn sie sich einfach mal diese Fake-Löschers abreißen würde, dann könnte sie auch wieder was sehen. Der letzte Darsteller, der einen Blinden so überzeugend gespielt hat, das war dieser Maulwurf in der Sendung mit der Maus. Ben Blümel heilt also Jenny Elvers. Die Blindheit würde auf jeden Fall mal erklären, warum zur Hölle sie was mit Jasin angefangen hat.